dann hallo zusammen und schön dass ihr wieder eingeschalten habt bei unserem chaoten team hier wir sind gerade auf dem weg ins vorgebirge und jetzt gehen wir erstmal in die burg schatten fangen oh ja ich finde die sind elendig lang wie dinger die machen spaß ja auf hc haben sie dann auch spaß gemacht da freue ich mich auch wieder drauf ich stehe hier noch mit shopper ja hier hat einer rapp mount ist gut schnell reparieren ist das wichtig erst mal die quest annehmen ach guck mal unser tank von eben ist wieder da cool die ist auch schon losgerannt ja fleißig die steht hier noch und wartet auf dich ja die kann ja das finde ich echt cool ich habe kein ziel ich muss näher ran also ehrlich scheiße ich komme hier nicht durch bin zu dick ich bin außer reichweite habe ich überhaupt unterbrechen bühne ich glaube noch nicht ich kann noch nicht unterbrechen glaube ich auf jeden fall nee habe ich nicht ich habe kein ziel was jetzt quest abgeben quest annehmen ich bin von den verlassenen wir dürfen ins verlies ist das nicht schön ach du bist auch gez ja ich darf noch nicht ja du darfst gleich ich habe gar nichts zu essen in der tasche fällt mir gerade auf schlecht vorbereitet lustig wie das bei uns ein untoter ist und bei den allianzlern ist das ein borg so mal gucken ich brauche ein ziel ich muss näher ran und irgendein idiot redet ja auch immer in die pferde ne ja meistens ist es irgendein ich weiß nicht also bei mir war es immer ein ddler idiotischerweise keine sorge ich werde nicht in die ich bin außer reichweite viele sind ja auch oben immer lang um abzukürzen in der hc aber das machen mit den minis macht das keinen sinn wegen der frisst das macht nur sinn wenn du die questreihe schon fertig hast ja und selbst wenn sie fertig ist gehen wir trotzdem noch hier durch also heute nicht auch kiste oh heilung steh mal dezent im tank ja geht die kiste auf oh meins da war schon einer dran da war schon einer ganz schnell also ich habe gerade die die super level 20 danke ich habe gerade den gudel gelötet also das meint gelötet ja ich bin außer reichweite knie d total ist nicht irgendwie während das im low level ist es sowieso mehr ich habe einfach auf die tasten wat geht ja das wäre auch was für mich da würfelt bestimmte parla jetzt drauf ich sehe das im low level bereich nicht so hängen verdammt ja ja hier so der andere parla drauf hat darauf bedarf gewürfelt ja habe ich ihn gelassen ja wie gesagt ich sehe das im low level bereich nicht so wir leveln so schnell das ist so uninteressant ob du das jetzt mitnehmen oder nicht höchstens wenn du die set sammelt dann ist es schon also wenn jemand die guckt dass er alles zusammen hat weißt du dann ist schon richtig oder wenn hinter eine kohle gibt dann ist es auch sehr interessant irgendwann gibt es ja auch mal gold für die sachen nicht nur ein paar cent gold und nicht paar cent dachte hier ist immer von silber die rede der kopf war doch wir kriegen schon selber musste so schmunzeln wurde das erste mal wir sind schon im low level bereich glaube ich gestorben weil er genau das ist die fläche da ja 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 weil er drin stehen geblieben ist und wie ihr seid mit dem zu heilen ja ganz entspannt noch das bleibt so vertrau mir der rar mob oder nee jägerlein hat schon und wo ist denn unser quest mob er kommt doch hier oben drauf ne wo wir hier langlaufen der kommt noch der kommt noch wollte gerade sagen steht da hinten eigentlich irgendwo ne der kommt ja eigentlich von alleine ist auf jeden fall bei dem war bei der allianz so dass der von alleine kam wieso steht denn der immer noch unten meinst du der kommt noch also eigentlich sollte der hier stehen der heiler ist mal kurz zurück zum questgeber gegangen alles klar oder er steht unten vor der tür das kann unten da beim beim labor irgendwie so das könnte sein dass er da steht ja ist ja ein bisschen fraktionsmäßig bisschen unterschied ja ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau ja ich weiß wie lange das erst hier wurde gelevelt habe aber die vielen verschlossenen sachen kann kaum noch einer öffnen weil viele keine berufe immer zwischen schnell die die dinger aufmachen kann man aber im ring gewesen intelligenz na so wie hier und nein ja ich glaube der steht unten das ist so weit entfernt ich brauche ein ziel ich muss ich kann ja mein interesse halt das gerade auch machen ja der jäger ist klar dass der ja ich sehe das auch gerade der jäger haut hier am meisten schaden raus ja ja ist ja fast immer so ich weiß es auch der wenn du so hinterher gerannt kommst machst du auch nicht so viel ich habe kein ziel ja vor allem ist ja auch jeder der einzige fernkämpfer also so aktive fernkämpfer das heißt der macht natürlich schon von vornherein viel mehr schaden weil er eher an die mob rankommt das macht viel aus wenn du der erste bist der dran ist ja das stimmt hier müsste er dann gleich ja hier müsste irgendwo auftauchen eigentlich aber eigentlich müsstest du die quest feuer abgeben nee der kommt hier nachdem der boss tot ist kommt er hier rein stellt sich vor die tür und dann kann man die quest abgeben glaube ich ja aber du normal bei der allianz ist es so dass du vorher schon mal einmal abgibst damit du den hier tötest ich brauche ein ziel oder haben sie das schon wieder geändert ich weiß es nicht ich blick das nicht mehr oh ja oh ja die laterne wow für die horde ja komm runter du für die horde jetzt ist das ausrufezeichen auch weg ne nee das ist genau auf uns sprichst willst du mir jetzt erzählen dass der hier runter läuft da steht gar nicht raus mit der sprache bam coole scheiße 21 ich bin auch gleich 21 speed level ich glaube wenn wir mal einen abend zusammen streamen und dabei laufen dann machen wir glaube ich ordentlich ja ja bis uns die birne platzt ja aber auch wenn es jetzt gerade niemanden wirklich interessieren sollte aber ich glaube ich müsste gleich mal auf die toilette ja der dungeon ist glaube ich jetzt auch gleich durch ja ja der ist gleich durch muss dann wir wollen ja sowieso dann gleich erstmal reiten lernen das machen wir dann offline das ist zu weit entfernt wobei ich glaube wenn du dann vom örtchen bist dann laufen wir erstmal weiter ins hügelland damit wir uns den flugpunkt da holen ja dann gehe ich bei dir auch folgen und so oder so warum ist die tür zu warum mach auf was sitzt denn du hier bei dem dürfen wir gleich die quest abgeben ja ja wie gesagt unterschied zwischen allianz und äh orde das sind die storylines komplett anders in der burg ich brauche ein ziel so dann hol den dicken mal da runter oder gehst du rauf man weiß es nicht man munkelt sie geht rauf oh ich hab sie nicht mehr im blickfeld kein pfad verfügbar scheiße ich habe kein ziel bamm ah deutsch kann ich dich mal looten hopps 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 und nü mhm lord walden getötet siehste ja da fehlt einer der hat nämlich gebackt können wir doch nicht abgeben scheiße na gut ja der tank konnte abgeben wahrscheinlich weil er durch nochmal zurückgelaufen ist na gut dann Dankeschön fürs zusehen und bis in der nächsten Folge jo tschüss tschüss